Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Äh, Life is Strange? Nein, Edna bricht aus. Ich hatte ja keine Ahnung. Können wir mitnehmen? Mach ja keine Dummheiten. Okay. Ich glaube immer noch nicht, was du getan hast. Glaub's ruhig. Aber bitte leise, wenn's geht. Ich muss nachdenken. Worüber nachdenken? Mach ja keine Dummheiten. Was denkst du, Harvey? Habe ich die Schuld, weil ich ihn rausgelassen habe? Hör nicht auf ihn. Er ist vollkommen gestört. Wow. Mach ja keine Dummheiten. Was soll ich machen? Ihn aus meinem Gedächtnis streichen? Ja. Was soll ich machen? Ihm den Pony schneiden, damit er mal wieder klar sieht? Hahaha. Ich muss vorsichtig mit ihm umgehen. Aber Topflappen sind albern. Mh, nein. Diese Suppe habe ich mir vielleicht wirklich selbst eingebrockt. So darfst du nicht denken, Edna. Du kannst nichts dafür, dass bei ihm der Sicherungskasten unter Wasser steht. Ich habe ihn freigelassen, Harvey. Und dabei wusste ich doch, dass er verrückt ist. Eben. Ich weiß wirklich nicht mehr, ob das alles so gut ist, was ich hier mache. Ich mittlerweile auch nicht mehr. Ich habe noch immer den Generalschlüssel. Behalt ihn als Andenken. Ich will keine Schlüssel mehr sehen. Kriege ich dann den Schlüssel für die Kirche? Nein. Du bleibst hier drinnen zusammen mit mir. Das ist nicht nett. Ob bei ihm eine Sicherung durchgerostet ist? Der ganze Sicherungskasten. Und die lose Schraubensammlung. Ich hätte das kommen sehen müssen. Ach, Edna. Frage an mich selbst. Ist es klug, einen wahnsinnigen Morder mit Fußnägeln zu beschnipsen? Ja. Er hat es nicht anders verdient. Echt so. Sorry, Harvey. Aber ich würde das Spiel gern ohne Game Over zu Ende spielen. Okay. Mann, oh. Ganz schön düster, wie Edna hier in der letzten Szene das laute Verzweiflung auch noch die Kirchenglocke schlagen muss. Ähm. Äh, ja. Es, ähm. Wie gesagt, es gibt halt noch ein happiges Ende mit diesem Kapitel. Ähm. Dafür gibt es noch eine lustige Sache hier in diesem Screen. Und zwar, wenn man sich die Ferne anguckt. Dann kriegt man nochmal einen kleinen Ausblick darauf, was so aus dem Aluman geworden ist. Oh. Das hat mir gut gefallen. Ich kann in der Ferne die Anstalt sehen. Und da ist die Straßensperre. Und da. Ist das etwa der Aluman auf der Aussichtsplattform? Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Oh. What? Warum in die Ferne greifen, wenn das Gute liegt so nah? Hilfe! Ich sitze hier mit einem Irrenfels. Ja. Ich bin noch nicht so verzweifelt, dass ich springen muss. Hm. Kannst du unser Haus sehen, Harvey? Hm. Von hier oben sieht alles ganz anders aus. Den schmeiß ich lieber nicht weg. Er hat mir gute Dienste geleistet. Ja, den Bolo-Schläger und den Stift, den haben wir schon seit Beginn des Let's Plays so gesehen, ne? Den schmeiß ich lieber nicht weg. Er hat mir gute Dienste geleistet. Das ist halt schon krass. Die schmeiß ich lieber nicht weg. Sie hat mir gute Dienste geleistet. Den schmeiß ich lieber nicht weg. Oh. Den schmeiß ich er... Okay. Top hat bisher noch gar nichts getan. Doch. Stimmt. Gold geschmolzen. Den schmeiß ich lieber nicht weg. Geschmolzen. Er hat... Er hat... Was? Das schmeiß ich lieber... Was? Das haben wir doch gerade erst bekommen. Hm. Hast recht. Als ob sie das jetzt wirklich runtergeschmissen hat. Das ist kein Mond. Das ist eine Raumstation. Definitiv. Schon Kaiser und König. Das hatten wir schon mal, ne? Alles? Ja gut, okay. Ich will aber nochmal, bevor ich jetzt die Glocke läute... Erstmal will ich wissen, was das bringt. Und zweitens will ich hier rein. Oder auch nicht. Abgeschlossen. Okay. Dann würde ich sagen... Gehen wir hoch. Moment. Nein. Warte mal. Doch. Jetzt die Glocke läuten. Wahrscheinlich... Mit dem Polo-Schläger. Was willst du von dieser Glocke, Harvey? Meine Glocken sind größer. Harvey. Dann nimm dich. Was denn? Ich bin ein Ostertier. Ich liebe Glocken. Alter. Made in Kruppstadt. Auf J7- gestimmt. Das hat mir mein Chiropraktiker verboten. Egal. Bitte was? Mit bloßen Händen? Edna kann also glockisch. Das ist keine von diesen Tresurglocken, wie man sie jetzt überall bekommt. Gut zu wissen. Die sollte ich wahrscheinlich nicht losschrauben. Doch. Aber wenn du die Aufhängung am Turmdach aufschraubst... Schon nachgeguckt. Geht nicht. Mist. Schaddi. Wozu? Die Glocke ist eiskalt. Das ist nicht der Deckel zu diesem Topf. Doch nur übergroß. Daran beißt sich meine Schere die Zähne aus. Edna klingt so traurig, Alter. Ich meine, ich kann es verstehen. Da unten hängt eine Leiche und dann, ne? So am Anfang des Spiels, alles so dumm und witzig. Und jetzt auf einmal so düster und traurig. Mach keinen Lärm da oben, sonst komm ich rauf und hol dich runter. Mach keinen Lärm. Warte, wackelt der jetzt immer noch? Moment. Da ist nichts mehr. Ich muss die Schwingungen irgendwie erhöhen, glaube ich. Dann weiß ich nicht, wenn ich das wieder zumach. Und nochmal spiele. Was war denn das nochmal? C, D, E, F, G, A, H. H? Jetzt sagt der auch nichts mehr. Oh. Hier war das? Rechts, links, mittel, rechts, links, ne? Äh. Dank des Kopfhörers kann man das Georgel jetzt nicht mehr hören. Na gut, ich nehme ihn wieder mit, aber ich lasse das Ende eingestöpselt. Allzu weit reicht das Ge- Dank des Kopfhörers kann man das Georgel jetzt nicht mehr hören. Äh. Nee. Moment. Weiter reicht das, ich lege... Boah. Kann ich mal... Warte, 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 warte. Jetzt kann es weitergehen. Ich muss die Knappe wahrscheinlich wieder aufmachen, damit ihr das hört, oder? Hm. Ich kann auch da wieder rausgehen, aber... Ob mir das was bringt, weiß ich ja nicht. Anlage... Hier ist auch nichts mehr drin, ne? Was war das? H-D-E-A-G 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 Alles klar H-D-E-A-G H-D-E-A-G Okay Ich versuche aber vorher was anderes, und zwar, dass ich die Kopfhörer nehme. Nein, benutzen Kopfhörer Na gut, aber ich... Kann ich jetzt vielleicht hochgehen mit den Kopfhörern? Weiter reicht das gerade. Nein, okay. Jetzt kannst du weiter. Schauen wir das wieder auf. H D H-D-E-A-G Havehörer Ah Das ist ja grauenvoll. Schalt das ab. Das war lustig. Ne Moment. Nee. Jetzt hören wir die Orgel ja nicht mehr. Hey, das rockt! Das ist ja gescheitert! What? Hey! Das ist ja gescheitert! Das war los! Moment. Hey! Das ist ja gescheitert! Das war... Hey! Das ist gescheitert! Das war los! Hä? Hey! Das ist gescheitert! Das war los! Moment! Vielleicht muss ich doch die andere Reihenfolge... Nochmal! Oh! Etna! Moment! Ich bin verwirrt! Ich bin ein wenig verwirrt! Vielleicht muss ich auch öfter einfach die Glocke schlagen! Das hat Bogie auch gesagt! Aber irgendwie hat das ja nichts gebracht! Hm... Mysteriös! Sehr, sehr mysteriös! Äh... Nachgucken! Mitteln! Irgendwann! Irgendwann! Weihnachten! theorem jsem Okay. Rechtsmitte, rechts, rechts, links. Januar. Rechtsmitte, links, rechts, links. Okay. Rechtsmitte, links, rechts, links. Ich wollte gerade sagen. Ich wusste auch, ich habe da irgendwas falsch gelesen. Rechtsmitte, links, rechtsmitte, links. Okay, okay. Vielleicht bringt das ja was. Man weiß es nicht. Rechts. Mitte, links, rechts, links. Ich Kopfhörer auf. Ich habe ihn in. Na gut, aber ich lasse es nicht allzu weit. Nein! Rechtsmitte, links, rechts, links. Links. Klammer vielleicht auf. Oder Klappe auf, meine ich. Nein! Oh, Edna. Dank des Kopfes. Ach man. Weiter reicht das. Ich lege ihn lieber. Jetzt kann es weiter. Schlage ich noch mal öfter die Glocke vielleicht? Ich weiß es nicht. Mach kein. Made in Croc. Auf, yo. Mach kein. Mach keinen Hä? Jetzt bin ich langsam ein bisschen verrückt. Kann ich noch irgendwas mit den Dings kombinieren? Ich glaube nicht, ne? Find ich draußen vielleicht doch noch was? Hä? Hat sich erledigt. Moment, Moment! Moment, ich hab ne Idee. Benutze Kopfhörer. Na gut, aber ich lebe es nicht allzu weit. Dank des Kopfhörers kann man das ge- Genau. Ja, aber... Na, natürlich. Hey! Das ist ein Scheiter! Dank des Kopfhörers. Oh, ne Klappe zu? Hey! Das ist Scheiter! Das war... Dank des Kopfhörers. Dank des... Hä? Hä? Das ist ja gescheit! Das war lustig! Ups, ich hab aus dem Spiel geklickt! Ich hab aus dem Spiel geklickt! Nein! Ups! Jetzt vielleicht... Jetzt vielleicht... Das war mal romantisch! Das ist scheiter also nochmal... Nachdem zu Vers legt Hatverage das ist schief Ich bin verwirrt. Hä? Ich könnte ihn sichern, aber ich tue ihn geni- Äh, Leute? Ich hab null Plan, was ich machen muss. Nein, die klappt. Tja. Hey. Das ist ja gescheu. Das war. Ich hab hier nichts, ne? Ne, raus. Hä? Stühle. Moment, kann ich die Stühle benutzen? Nichts zum Zusatzbestuhlen in Sicht. Zusatzbestuhlung für Feiertage. Ach nein. Wenn ich irgendetwas sehe, das ich Zusatzbestuhlen möchte, dann weiß ich ja jetzt, wo ich die Stühle finde. Platz. Geht doch. Was meinst du? Ob ich mich kurz mal ausruhe? Bald, Edna, bald. Der gehört noch nicht aufs Abstellgleis. Das sind schlechte Stühle, aber nicht so schlecht. Ähm. Es wird Zeit. Man kann es der heißen. Der gehört noch nicht nötig. Gut, Leute. Das war's vorerst mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein. Und da war's vorst du nicht. Dann war's vorst du nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und da war's vorst du nicht.